Moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Phantomkristall. So, wir waren ja das letzte Mal, waren wir in dem Vulkan in der Safari-Zone und ich hatte ja vorher eine Abstimmung gestartet, in welche Terrens wir gehen sollen. Und die meisten haben sich für den Vulkan entschieden, die zweitmeisten für den Fluss und ich glaube, keiner hat sich für die Ebene gemeldet. Deswegen werden wir auf jeden Fall nochmal den Fluss abklappern. Allerdings, ähm, werde ich, ja, ist auf jeden Fall, wir sind heute noch dritten, ja, will ich. Ähm, soviel zu der Ebene. Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Ähm, wo war ich? Ach genau, allerdings werde ich nicht wie eben gerade bei dem Vulkan einfach jedes Pokémon fangen, was sonst über dem Weg läuft. Ich, äh, hab eigentlich auch nur vor, ein einziges Pokémon zu fangen, wenn wir das hier finden. Mal gucken, mal gucken, was hier so los ist. Oh, hier ist ein schöner, ein, ein schöner Brunnen. Allerdings ein bisschen deplatziert, finde ich, hier drin. Also sieht schon ein bisschen seltsam aus, dass hier drin, es geht eigentlich. Man kann damit leben. Das Flussgebiet finde ich persönlich am schönsten. Okay. Dann wissen wir ja, was uns da erwartet. Im Flussgebiet soll es äußerst schön aussehen. Ähm. Mhm. Okay. Ein paar hübsche Bäume. Darüber kommen wir nicht hinweg. Wir müssen auf jeden Fall Surfer mit dabei haben, hieß es am Anfang. Ein Quapsel. Das wollen wir nicht. Oh, ja, auch Quapo ein ziemlich cooles Bogenbonus. Könnte man vielleicht doch nochmal überlegen. Ach ja. Oh. Mhm. Das Fellino wollen wir allerdings auch nicht. Wir wollen uns einfach mal ein bisschen umschauen hier. Mal gucken, vielleicht finden wir ein paar tolle Items, die wir brauchen. Also, gerade bin ich mal nicht auf Pokémon-Fang aus hier. Ein Merrel. Ich will eigentlich nur mal die Gegend hier erkunden. Deswegen werden wir die Ebene auch in der nächsten Folge auslassen. Und die irgendwann mal später nachziehen. Wenn wir mal ein paar Pokémon fangen wollen, die auf der Ebene anzutreffen sind. Ähm. Im Moment sehe ich da keine Verwendung für. Also im Moment brauchen wir sie echt nicht. Deshalb mal gucken. Auf dem Fluss sind wir auf jeden Fall ganz gut hier gerade. Oh, siehst du, da sehen wir schon die ersten Items. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, ein Krabbi. Einmal fliehen, bitte. Und wir haben Sprudel gefunden. Sprudel gab es schon seit der zweiten Generation. Da war doch dieser Automat oben in dem großen Einkaufszentrum. In der Stadt mit dem Funkturm da. Mit dem Radioturm. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Da war das erstmal Sprudel. Wobei, nein, gar nicht wahr. Sprudel gab es schon in der ersten Generation, weil man doch den, den, ähm... Polizisten dort was zu trinken geben musste, um in die mittlere Stadt da zu kommen, wo man Kigli und, äh... Oder Nokcan gewinnen könnte. Ich glaube, das gab es tatsächlich, tatsächlich schon in der ersten Generation. Hm? Ist auch egal, was man denen gegeben hat. Ob es Wasser war. Ähm, ob es... Ob es... Limonade war oder ob es Sprudel war. Es war vollkommen egal. Die waren dann auf jeden Fall glücklich. Ich wollte eigentlich nicht fangen. Ich hab aus Versehen auf den Ball gedrückt. Einem Kropsel mal wieder. Also wenn es nur die beiden Pokémon hier gibt, dann sind wir hier ein bisschen fehl am Platz. Ah, hier geht es rechts weiter. Da wollen wir mal kurz gucken. Mal gucken, was da so abgeht. Oh, ein Antorn. Wird zu Antoron. Ein äußerst cooles Pokémon. Ähm. Ich glaube, wir hatten schon mal eine Diskussion, dass Antorn irgendwie von Typ Wasser Psycho ist. Und Antorn nur von Wasser, oder? Wurde das verändert? Oder war das schon immer so? Oder ist das immer noch so? Oder... Das wisst ihr bestimmt. Und wollt ihr es mir bestimmt mitteilen. So, was haben wir denn hier noch? Oh, da ist ein schönes Item. Das grasen wir direkt ab. Ja, ich möchte es zwar verwenden. Dumm, dumm. Die perfekte Sine Limonade. Wer lässt denn sowas hier liegen? Also ernsthaft? Wer lässt sowas hier liegen? Ja. Was ist denn eine Wildbierlame... Äh, 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 Beere? Die kenne ich gar nicht. Was bringt die denn? Ah, Selbstheilung bei Frost. Schön. Allerdings eingefroren wurde ich, glaube ich, in diesem Spiel jetzt bislang noch nicht, oder? Ne, ich glaube, eingefroren wurden wir noch nicht. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir jemals verbrannt wurden. Vergiftet wurden da, paralysiert wurden da ohne Ende. Aber ich glaube, verbrannt und vereist wurden wir noch nicht. Also ja, man muss ja sagen, im Moment, äh, die Ebene... Ja, schön aussehen tut sie automatisch durch das Wasser. Aber so besonders spannend finde ich die jetzt nicht, muss ich ja zugeben. Ich habe mir da jetzt ein bisschen mehr erhofft. Muss ich ja leider gestehen. Anton! Hier, kriegst du einen Sternergopp. Weg. Hm, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dafür 600 Schritte? Hm, Krabbi. Also ich finde es ja echt schön, dass die Savarezone dazugekommen ist und so weiter. Auch, dass die Idee mit diesen in drei Ebenen unterteilen, aber dann hätte man doch schon noch ein bisschen mehr draus machen können, finde ich. Oh, hier geht es noch weiter. Super. Also man hätte schon irgendwie so am Ende des Dinges wieder so ein Haus verstecken können oder sowas, wo man was Besonderes bekommt. Das wäre schon cool. Aber, nee, Moment. Es ist schon cool, muss man ja sagen. Also ich finde es echt nicht schlecht. Aber mir fehlt so ein bisschen noch dieser letzte Kick. So, was finden wir denn hier? Noch ein Bidifas. Äh, Bidiza. Und noch eins. Hey. Hatten wir ja heute noch gar nicht. Hm. Also im Moment gibt es hier nicht großartig was zu entdecken. Ich muss gucken, ob da hinten noch Items sind. Das wollen wir ja auf jeden Fall mal abgrasen. Mal gucken. Ähm, hier sehe ich nichts. Hier gehen wir mal hier rüber. Und, Leute, direkt wieder bei wilden Pokémon. Wieder beim Bidize. Hm. Ah, ein Item. Ein Wasserstein. Also die Steine gibt es wahrscheinlich am Ende der ganzen Ebenen immer. Wir haben ja einen Feuerstein gefunden. Wir haben jetzt einen Wasserstein gefunden. Was es bei der Ebene ist, kann man ja mal raten. Ähm. Ein Blattstein vielleicht. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Ich suche hier noch mal ein Ding Dong. Your Safari Game is over. Haben wir tatsächlich schon 600 Schritte verbraucht? Hast du es geschafft, das zu fangen, was du wolltest? Auf Wiedersehen. Äh, nein. Danke dennoch. Safariation im Fluss. Ein Fluss fließt durch das Land und präsentiert viele verschiedene Pokémon. Also viele verschiedene haben wir jetzt nicht gesehen, muss ich jetzt zugeben. Also so spannend fand ich das jetzt nicht. Gut. Ähm. Haben wir auf jeden Fall mal die Flussebene gesehen. Den Vulkan fand ich tatsächlich etwas spannender. Wir rennen jetzt mal zurück zum Pokémon Center und dann, ähm, ja, beende ich die Aufnahme. Denn ich möchte ja eigentlich noch mal gucken, welche Pokémon wir jetzt mittlerweile schon Namen gegeben haben. Und welchen Namen wir denen gegeben haben. Damit ich nicht doppelte Namen habe. Das wäre ein bisschen dämlich. Also, ähm, dann ist die Folge zwar etwas sehr kurz geraten. Das tut mir auch wohl überleid. Aber, ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's wieder zurück in die große Ebene. Und dann werden wir ein paar neue Abenteuer, äh, noch neue Abenteuer suchen. Neue Abenteuer bestehen. Und, äh, ja, mal gucken, was so auf uns zukommt, ne? Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Man sieht sich. Tschö! Tschö!